Banggood feiert heute Single Day und bietet auf alle Angebote noch weitere 5% Rabatt und so funktioniert das. Als Beispiel nehme ich mir zum Beispiel hier die DJI FPV Brille, die kostet 519,44. Drücke auf Checkout und rechts sehe ich hier Allowance, also ein Zuschuss und den kann ich mit 5% benutzen. Also gehe ich auf meine Cobb der Held Seite, dort findet man den VIP Exklusiv Zuschuss, gehe auf den Link und hier kann ich die 5% als VIP aktivieren. Gehe zurück zum Warenkorb und hier sehe ich meinen Zuschuss von 5%. Hier brauche ich noch einen Coupon von Cobb der Held Webseite. Den kopiere ich mir und füge hier ein. Und schon bin ich bei 485,56 EUR also 5% günstiger. Und so geht das mit allen anderen Sachen wie zum Beispiel mit dem Vetschark Modul Sharkbyte kann ich auch 5% sparen oder mit der Orca FPV Brille die man gerade aus Tschechien bekommt super günstig für 413 EUR. Oder den GAP RC CineLog 35 in HD. Hier findet man auch ein Coupon dazu auf meiner Cobb der Held Seite. Mit dem Coupon und dem Zuschuss bekommt man den für 353 EUR. Oder das Echin Atom RC mit 4 Zoll Quad, FPV Brille und Funke mit dem Coupon von Cobb der Held Seite für 346 EUR. Und so geht das weiter mit den weiteren Angeboten die ihr alle auf der Coupon Held Seite findet. Denkt dran, es sind nur noch 10 Stunden bis die Angebote zu Ende sind.